Ein guter Neustadtrausen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Grunielp und GT7. Ich komme von GTA 5, habe dort viele Autos gesammelt und was macht man dort wenn man Autos hat die man nicht mehr benötigt, man verkauft sie. Das konnte man hier leider in GT7 die ganze Zeit nicht machen. Das heißt es ist zwar schön hier seine Autos und Autos zu sammeln, aber ihr kennt das ja alle, man fährt am Ende dann vielleicht seine Top 10 Autos bei Rennen und der Rest steht einfach nur in der Garage rum. Jetzt allerdings mit dem Update im November kam eine Möglichkeit hinzu bzw. eine Funktion hinzu die Autos endlich verkaufen zu können. Und mit diesem Video zeige ich euch einfach mal wie wir in GT7 Autos verkaufen. Dazu befinden wir uns auf unserer Map. Ihr seht auch schön das Feuerwerk 25 Jahre Gran Turismo ganz toll. Wir gehen auf unsere gebrauchten Autos und dort seht ihr schon auf den ersten Blick ja da sind unsere gebrauchten Autos die wir kaufen könnten. Was aber seit November neu ist ist oben rechts der Button Wertgutachten Service. Wenn wir dort nämlich mal drauf klicken kommen alle unsere gekauften Autos und wie ihr schon seht, die haben alle einen Wert und wir können die Autos hier dann auch direkt verkaufen. Wir sehen also direkt wie viel ist unser Auto gerade wert. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel unseren ersten Honda Integra Typ R. 37.000 Credits würden wir dafür bekommen wenn wir den verkaufen. Ihr seht rechts auch noch eine Veränderung seit gestern. Das heißt das Auto ist in dem Preis noch mal um 8 Prozent gestiegen. Wir klicken das Auto mal an. Können dann auf Schätzung gehen und jetzt sehen wir hier auch noch mal. Vor zwei Wochen war das Auto 34.500 wert. Der Höchstwerk lag bei 38.340. Deswegen würde ich mal sagen der heutige Stand 37.700 Credits. Klingt doch recht vernünftig für das Auto. Ihr seht's. Der Button verkaufen. Können wir verkaufen. Ich denke mal nicht, dass ich den oft fahren werde und deswegen alles für die Wissenschaft und so. Verkaufen wir das Ding jetzt mal für 37.000. Ja und ihr seht Credits kommen auch direkt auf euer Konto. Ja und so könnt ihr die Autos verkaufen. Wir können hier oben noch mal sortieren. Nach dem Wertgutachten absteigend und ihr seht mein teuerstes Auto aktuell für nur 1,7 Millionen ist der McLaren P1. Hat allerdings seit gestern auch 0,4 Prozent an Wert verloren. Ja und so könnt ihr euch hier einfach austoben. Könnt eure Sammlung etwas abspecken. Wie auch immer. Es ist das ein oder andere Auto dabei, für den ihr ein paar Millionen bekommen könnt. Aber natürlich ansonsten, ihr kennt das ja, Gebrauchtwagenpreise etc. pp. Je mehr ihr mit dem Auto fahrt, umso billiger wird's. Ist nun mal so. Ja, alles in allem. Ich glaube ihr wisst jetzt Bescheid. Wertgutachten-Service, dort könnt ihr ab oder seit November Autos verkaufen in GT7. Ich hoffe das Video konnte euch weiterhelfen. Lasst doch mal bitte ein Abo oder ein Like da und ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bei einem meiner Livestreams oder bei dem nächsten Video. Bis dahin, euer Kroni. Ciao, ciao.